Ein Ereignis für alle Musikfreunde. Camillo's Hitparade bei Radio Luxemburg. Schlagerraketen, eine neue Melodiefilmproduktion. Aus aller Welt kommen die Stars zum Festival der Herzen. Die allerschönste Angelina ist noch Lady und träum' noch heut' von Amore. Ach, was hat er gesagt? Sei doch mal ruhig. Ach du mit deinem selbstgestrickten Kasten. Halt doch mal die Luft an. Mit dem krieg' ich sogar Singapur rein, wenn ich will. Ja, bloß nicht Luxemburg. Ist eben zu nah. Der ist so hochempfindlich. Nicht so schüchtern, junger Mann. Nicht so schüchtern, junger Mann. Dafür ist dieser Abend zu schön. Camillo suchte für die Organisation des Festivals der Herzen einem Mann mit Herz. Und da kam er selbstverständlich auf mich. Was wär' das Leben ohne dich? Ein Leben ohne Glück. Tricksie, hast du mich noch lieb? Ja. Wirklich? Ja. Hast du Mut? Ja. Vertraust du mir bedingungslos? Ja. Ich bin so verliebt, mein Herz macht bumm, bumm. Ich bin so verliebt, Lamm ist da. Wo ist meine Tochter? Sie müssen doch wissen, wo sie ist. Gehst du um die Zeit der Le Bleu, allein durch die Champs-Élysées, siehst du hundert Mädchen, bezaubernd und süß, oh bonjour, das gibt's nur in Paris. Alle Männer sind Räuber, alle Männer sind Diebe, ganz gleich ob Mister, ob Signore, ob Monsieur. Und der Mädels von Paris bis Hawaii, sag dich goodbye, denn ich wollte dich ja wiedersehen. Chico, 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 Charlie, lass doch die Frau, du sollst doch nicht immer nach andern schauen. So schön wie du, so schön wie du, so wunderschön, möchte ich es auch. Im Harem sind noch Zimmer frei mit Aussicht auf den Sultan, im Harem sind noch Zimmer frei mit Aussicht auf den Scheich. Er hieß Chico und war immer froh, froh in seiner Heimat. Doch das blieb nicht so, weil zog Chico in die Welt hinaus. Schlagerraketen, wir erwarten Sie zum Festival der Herzen.